Lass das mal bei dir auf dem Kanal machen. Ja gerne. Der Blick alles. Danke nochmal. Was? Nein, nein, nein. Kennst du Samantha Long? Kann man es tragen? Smash. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf diesem wunderbaren Kanal namens... Renzo. Brauchst echt mal neuer Moderation, Alter. Hier Sonnenhand, mach du. Die Sache ist so, liebe Freunde. Ihr habt euch heute wieder verirrt auf einem sehr wunderbaren Kanal namens... Und jetzt gucken wir uns TikToks an. Wow, Digga. Kannst du das? Äh, nicht mehr tatsächlich. Konntest du das machen? Ja, ja, sehr oft. Das ist schon sehr high level, Alter. Bis hier hin ist halt Backflip. Und dich dann fallen zu lassen. Das ist schon hart. Aber ich kann das auch. Das sieht aus wie so ein Fehler im Spiel, weißt du? Ja, ja, ja. Einfach so ein Glitch. Ich schick dir heute Nacht negative Energie. Ich mach Wudo mit dir, du dreckige Sau. Wenn er sagt, rede mit mir Dirty Talk, bitte. Du widerliches Geschwür. Du hast aber Vakuum umhören, du Amöbel. Du Amöbel, wie geil. Du hast ja nur Vakuum in dein Gehirn, du Amöbel. Ey, ich mach mit dir Voodoo heute Abend. Ich schick dir negative Energien. Das ist auch mega geil. Mir wird das erzählen, warum sie so aggro ist. Vielleicht hat er ihren Einkaufswagen irgendwie weggenommen oder so. Ich rüchte dich vor der Macht meines schwarzen Magiers. Nach Wudo mit dir, du dreckige Sau. Still looking for a better sleeper build. Boah, die sleeper builds sind krass, Alter. Kenn ich nicht. Ey, Digga, was? Was? Ey, warum? Guck mal, wir machen Jazz total traurig, weil wir nicht solche Arme haben. Ja, sowas ist ja nicht mehr normal. Cola-Flasche? Boah, die ist am exklusiv. Oh, süß! Hey, was soll denn dieser Kommentar hier? Der Arme, echt muss man nicht. Ach so, weil doch gerade so eine starke Bewegung dagegen ist, dass man TikToks mit Tieren macht. Ja, aber Entschuldigung, das tut doch dem Tier nicht weh, wenn man das macht. Das ist unten festgetackert. Ja. Ich finde das jetzt nicht so mega schlimm. Also ich weiß nicht, ob der Hund das nicht auch mit einem Menschen machen würde. Ich glaube auch, der Hund würde Coca-Cola auch auf Menschen drauf machen. Kennst du den Song nicht? Kennst du den Track nicht? Kennst du echt nicht? Nein! Oha! Oha! Das ist doch diese Samantha Long. Kennst du Samantha Long? Kennst du die? Kennst du die persönlich? Ach Quatsch, du hast das ja gelesen! Mag uns connecten. Hä? Das sind schon geile Moves, das sieht sehr, sehr smooth aus. Guck mal, genug kannst du das auch, weil du kannst doch mit deinen Hüften so Sachen machen. Kannst du noch solche Sachen machen? Ne, das ist ja... Was ganz anderes? Aber es ist auch Hüfte. Das ist krass. Da willst du mich auch mal sehen. Was sind das? Irgendwie die Bakterien eigentlich? Ja, genau. Irgendwie sowas. Ich will das auch mal machen. Und zwar will ich dann meinen Arsch über das Boot halten und einmal kacken und dann kommt die Kackwurst ins Wasser und dann wird's kurz blau. Weißt du, das ist einfach was wunderbares in der Natur und zack, müssen wir eine Kackwurst reinbringen. Ey, erzähl mir nichts nach dem Evaculat auf dem Kreisel. Das war er. Ich hab das jetzt auch du. Ich hab nur gedacht... Ja. Wie ist es, wenn man da reinpinkelt? Pippi und Kacki im Pippi-Kacka-Land. Dein Lehrer wartet, dass du aufhörst zu reden. Ich hab schon einen Lehrer hergeführt gerade. Oh mein Gott, ja. Ja, es ist ja exakt so. Es ist literally POV. Wie gruselig einfach. Warst du früher in der Schule? Warum frag ich dich überhaupt? Ob ich in der Schule war? Ja, einer von denen, die den Lehrer so angeguckt haben. Nee, nee. Doch, doch. Ey, ganz kurzer Einschub von mir. Diese Woche findet die größte Rabattaktion statt, die es jemals bei meinem Partner More Nutrition gab. Also jeden Tag sind andere Produkte reduziert bis zu 50%. Und das hier sind für euch die wichtigsten Uhrzeiten. Zum einen Donnerstag, 18 Uhr. Da gibt's zum Beispiel 50% auf die Protein-Chips, die ich ultra feier. Und 40% auf Marmalade, die ich auch ultra feier. Und andere Uhrzeit ist Freitag, 18 Uhr. Da gibt's 30% auf Chunky-Flavor und Proteinpulver. Und sogar 50% auf die Proben von Chunky-Flavor und Proteinpulver. Also dickste Aktion, die es bei More Nutrition jemals, jemals, jemals gab. Deswegen wollte ich euch davon erzählen. Wenn ihr irgendwann mal vorhattet, die Sachen von denen mal auszuprobieren, dann ist diese Woche die Woche dafür. Für die Leute, die bei More noch nie bestellt haben. Ich hab die Uhrzeiten dazu gesagt, weil man sollte zu den Uhrzeiten bestellen. Wenn man zu spät kommt, dann sind viele Sachen meistens schon ausverkauft. Link ist in der Videobeschreibung. Mit dem Code REZO bekommt ihr alle Rabatte jeden Tag. Alles klar, das war's schon. Weiter geht's mit dem Video. Johnny Wen? Digga! Der Real Flip. Er ist noch cooler als der Backflip, der gecancelt ist. Ja, ja. Die Sache ist, du kannst das ja nicht üben. Nee. Was willst du machen? 300 Mal erst mal auf den Kopf fallen. Was soll denn das? Stimmt, du kannst nicht üben. Du musst komplett nicht ziehen, ne? Du kannst ja nicht mal kurz langsamer springen erst mal. Du kannst ja den Helm an. Ja, aber ich glaub, der schützt ihn auch nicht mehr, wenn der auf den Kopf fällt. Ich glaub auch, wenn der auf den Kopf fällt, dann macht es knack. Kennt ihr das Spiel auf Machu Barfest? Ja, ja. Irgendwie Teufelsrad heißt das. Wie heißt das? Teufelsrad. Oha! Oha! Ach, das ist ja witzig. Die müssen die runterziehen oder was? Disrespect. Lass das mal bei dir auf dem Kanal machen. Ja, gerne. Das wär witzig. Das können wir wirklich mal machen. Das? Ja, du bist in der Mitte und wir versuchen nicht so wegzuziehen. Das fände ich auch richtig witzig. Ach so, ich darf voll. Hä? Nein, ich will euch. Ja, wir ejakulieren auch. Hey, das ist kein Hippokass. Nein, nein, nein. Das ist strategisch. Damit es glitschiger ist. Damit du weniger Grip hast. Ach so, okay. Darf ich dann auch draufpissen? Ja, für dich ja schlecht. Ach so. Es sei denn, du pisst das Ejakulat weg. Alter. Ey, es ist einfach so ein nettes Girl, was so ein Spiel spielt. Und wir machen das drauf. Digga. So, aber wird sie noch gecatcht? Oha, 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 oha. Okay. Sie hat es geschafft. Sie hat selbst das geschafft. Eliabs. Wie so ein Faultier. Alter, der sieht auch vom Gesicht aus. Ja, genau. Das ist ein Faultier, Mensch. Der da hinten ist geil. Hä? Wie krass der einfach ist. Ey, wie stark du sein musst. Das ist unglaublich. Um das so entspannt so hochzuziehen. Boah. Ich habe es ja gestern an dir gemerkt, wie schwach ich bin. Ach so, stimmt. Du hast mich gestern hochheben wollen. Nein, du hast mich gesquattet bekommen. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Aber Curls nicht. Und Liegestütze nicht mit mir auf deinem Rücken. Nee. Ja. Aber ich habe dich liegestützt bekommen. Ja, du hast alles geschafft. Oh, nice. Ja, voll gut. Insane. Jona 19, Sandy 49. Das ist ein Unterschied von 30 Jahren. Wie ist es, mit dem besten Freund deines Sohnes zu schlafen? Wie ist es, mit dem besten Freund deines Sohnes zu schlafen? Sehr geil. Mein Sohn weiß es gar nicht. Auf den sch*** ich. Danke, Mama. Nein. Was? Nein, 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 nein. Das ist nicht der Sohn. Glaubst du, das ist der Sohn? Nein. Ey, aber imagine, du kannst doch nicht auf TikTok so ein Video machen und dann sagen, mein Sohn weiß das gar nicht. Das wird ihm ja herangetragen. Ja, vor allem. Also spätestens dann weiß er es doch. Und selbst wenn es ein Gag ist, ist es für den Sohn nicht lustig. Überhaupt nicht lustig. 100% der Leute werden es glauben. Auf den scheiß ich, Digga. Stell dir mal vor, das ist deine Mutter. Stiflers Mom. Das ist viel schlimmer als Stiflers Mom, weil sie scheißt auf ihren Sohn. Ja. Da ist es schon hart. Das ist Gio. Der ist voll krass, Digga. Der ist richtig krass. Ey, wie cool ist das denn? Jetzt, bevor ich komme und dir deine Nase brechen. Der Typ ist voll crazy. Der ist auch ein Kollege von mir. Ey, wieso kennst du alle Tänzer? Du kennst alle Tänzer? Der zieht auch Airflares in so einen Scheiß. Airflares macht der? Nein. Ja, du kennst echt nicht. Hey, natürlich kenne ich Airflares. Ja, sag mal. Soll ich einmal zeigen kurz, wie das Airflair geht? Mach mal ein Airflair. Digga, das war nicht mal Handstein. Das fandst du meinen Airflair nicht gut? Digga, das war nicht gut. War das nicht ein sauberer Airflair? Nee, das war kein sauberer Airflair. Das ist ein sauberer Airflair. Outfits I would wear as a teacher. Ey, dieser Trend, Digga. Da sind so viele Sachen dabei, die du nicht als Lehrer niemals tragen würdest. Niemals. Kann man es tragen? Als Lehrer? Sehr hoch. Ich würde sagen, ja. Kann man tragen. Ja, ein bisschen länger bis zum Hochzeit. Ich glaube, Smash. Aha, braufrei als Lehrer? Hm, weiß ich nicht. Bei Sport? Ah, nee, ist schon sehr kurzer Rock. Ich muss über die Knie gehen. Sehr kurzer Rock. Also, wenn das Sportlehrerin wäre, wäre das schon... Also, hätte mich als 14-Jährigen abgelenkt. Da kann ich mich als Frau nicht mehr konzentrieren. Auch baufrei geht nicht. Was ist denn das hier? Crazy Hose, ja. Also, nee. Ja, Smash, doch, doch. Ja, doch Smash. Findest du Smash? Ja, alles Smash. Also, es sieht hot aus, aber es würde als Lehrer werden. Es sieht alles sehr, sehr gut aus. Ich muss einmal ganz kurz sagen, Smash. Die ist wirklich fucking pretty. Aber das ist nicht wahr. Lina Röschrank. Hast du gemerkt jetzt? Sie schreibt, was sind, waren eure Lieblingsfächer? Die ist deutsch? Ja. Wenn deine deutsche Freundin in ihrem Element ist. Oh Gott, das war echt. Ey, ey, der hat ja gar keinen Bock. Aber die beiden, die sind so funny. Die sind ein Pärchen. Ey, er hat gar keinen Bock. Ja, aber die machen immer so TikToks. Ja. Die sind beide echt funny. Dichter Blick, Alter. Das war ich von zweit. Was ist Günther? Ah, die ist so. Na. Nee. No. Die macht krasse Transitions. Ey, kick up. True, da sehe ich dich. Auch das Acting. Sie nimmt die komplette Rolle halt an. Ja. Also, das hat ja auch viel mit Ausdruck, mit Expression zu tun. Ja, voll. Ja, nee, ist einfach sick. Ja, mega. Ach, die Zunge ist so krass, ne? Ja, Zunge ist übelst krass. Und hier mit den Eckzähnen noch dabei. Es fitted alles so geil. Ja. Der Blick, alles. Und auch die Gästig ist halt wie in einem Anime. Das ist so schwer, das so hinzukriegen. Voll. Einfach sick. Der Schinken. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, Digga. So, ich finde, an dieser Stelle sollten wir die Sache auch beenden. Ich finde, das reicht. Meld dich. Wer soll sich melden? Doch, die eine. Wie heißt die nochmal? Oh, ja, stimmt. Doch, doch. Du hast sie doch eingegeben bei Insta. Für Aufklärungsunterricht. Meld dich. Meld dich. Du würde sich sehr freuen, wenn du dich meldest bei Ju. Das wäre echt gut. Das wäre echt nett auch. Schreib dir doch mal. Nee. Ja, ist okay. Smash. Smash.